Die UB Leipzig betreibt einen von 40 deutschen Fachinformationsdiensten, AdlerLink. Diese Fachinformationsdienste helfen, wenn wir Literatur zu einem Fachgebiet nicht in unserer Heimatbibliothek bekommen. AdlerLink richtet sich an alle, die in der Kommunikations-, Medien- und Filmwissenschaft forschen, lehren oder studieren. Eine Recherche ist ohne Anmeldung über den Suchschlitz möglich. Hier können wir in über 3 Millionen Datensätzen nach Büchern, Zeitschriftenartikeln und audiovisuellen Medien suchen. Schon in der Übersicht wird als Icon angezeigt, um welchen Medientyp es sich handelt. Bei den Treffern wird in der Regel angezeigt, welche Bibliotheken in unserer Nähe diesen im Bestand haben. Ein Klick auf den Namen führt uns in den Katalog der jeweiligen Bibliothek. Durch eine Registrierung bei AdlerLink bekommen wir Zugriff auf zusätzliche Services, zum Beispiel die Get-It-Box. Sie zeigt uns an, ob der Titel in unserer Heimatbibliothek vorhanden ist. Außerdem können wir beispielsweise kostenfreie Kopien bestellen, wenn die eigene Universitätsbibliothek die Ressource nicht lizenziert hat. E-Books sind für angemeldete Nutzende ebenfalls direkt aus dem Portal aufrufbar. Neuerscheinungen können wir uns als angemeldete Nutzende sogar gratis zu uns bestellen und 30 Tage leihweise damit arbeiten. Die Kosten trägt AdlerLink.